So meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Nächster Versuch. Im Fadenkreuz des Verbrechens. Ja. Mit neuen Kräften. Und demselben Equipment. So. Es geht jetzt. Okay, langsam. Oh shit, die Polizei! Polizei! War wohl doch nichts. War wohl doch nichts, haha! Explosion, ja, war wohl doch nichts. Wir haben Besuch! Sie sind hier! Steck! Nein! Oh oh! Wir kriegen Gesellschaft! Wir haben... Ich hab was gehört. Ihr werdet nicht in eure Kugeln reißen! You guys, halleluja! Meine Maus war am Rand. Ich könnte nicht weiter zu sein. Oh! Ich muss wieder justieren. So. Was denn? Ich hab's mit ihm abgehauen. Oh Gott. Frischt das! Oh, ich kann mal nicht. Schick's her! Gib mir die Kugeln! Oh! Oh! Oh, ich kann mal nicht! Oh, ich kann mal nicht. Oh Gott! Oh, ich kann mal nicht. König's im Speck Ops... Specialist! Ha! Der hat mich! Dude, du hast ihn! Das schon mal gut. Ich bin schon mal nicht sicher. Oh! Ich hab keinen Winkel mehr, you guys. Du hast keine Kommando genommen? Doch, hab ich! Dreck! Oh! Verrückter! Oh! 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 So. Ich bin voll. Juppsang! Die Tür ist offen! Und was... Was sagt die Tür? Popcorn! Kannst du mir nimm mit? Was ist denn das für Musik? Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht warum. Super scheiß, weil man ein paar Männer so sieht. Moment, ich hab Kopfschmerzen. Sagst du ihm dann, dass das scheiße Blut aus deinem Kopf rausgespritzt ist? Oder verschweigst du ihm das lieber? Stell dir nichts an, wir müssen weiter. Ja, okay. Drei, eins, zwei und go! Nein, er bewegt sich nicht! Ja! Verdammt, Hilfe! Verdammt die Bullen! Wer macht denn das? Oh! Okay, ich löse aus, ja? Jupp! Fickt euch! Ich helde auf! Was macht denn das? Ich helde auf! Was macht denn das? Ich helde auf! Oh! 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 Nice! Geht! Oh! Oh, weiß ich nicht recht. Ich hab's nicht isken! Ich hab' nicht zuerst! Oah! Oh! Drei! Oh! 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 Ach, ich habe jetzt schon Angst vor dieser Geiselaktion. Ach, Mann. Da weiß ich nicht, wie ich sehr gerne sehe. Schnell und präzise. Wie eine Maschine. Wo ist denn das? Ich sag's dir, als wir im Tresorraum waren und die Schließfächer aufgebrochen haben, sicher, dass es Diamanten waren? Das kennen wir schon. Ready? Ja. Ja, er weiß nicht, wie es sein wird. Ja, einfach alles in die Jacke. Alles Jacke, wie Hose. Was zum Teufel? Bam. Ups. Das ist Polizia. So splittert das Glas, dann können sie dich nicht so leicht dadurch sehen, ne? Das ist Liebsehn. Ich hack mich rein. Hack dich rein. Halleluja, hack dich rein. Ich ist gehackt. Scheiße! Jetzt habe ich dich, du Sau! Wo sind die, die hier sonst was... oh Gott. Irgendwas da unten. Ich seh ihn nicht. Er ist weggefahren. Das sind die Schweine, die Marcelo erschossen hat. Das stimmt. Das, was googeln, ihr alle wisstest. Mhm. Fetze. Ich hab's auf Video. Oh, die shit. Was war das? Der eine hatte die Tür geöffnet. Und? Der böse Mann steht hier. Ich kann ihn nicht treffen, zu sehen. Macht nichts, ne? Ob wir mir einfach zu viel töten können. Moment, du wirst nervös. Okay, und zu gut. Ich schwöre ich. Wieder mit. Hilfe, helfe! Gut, es ist gut. Wir kommen hier gut durch. Bitte, wir brauchen ein Pass heute. Sieben. Drei, fünf, sieben. Drei, fünf, sieben. Die Gschisse! Und? Geht? Jetzt gebe ich fünf... Und siebzig... Drei... Ich mach auf. Polizia! Wir sind hier! Wir sind zu zweit. Nicht schießen. Geht, ich glaube, die kaufen wir uns. Denk dran, passiv zu sein. Passiv. Fünf... Super. Ich sehe jetzt, wo die Scheiße... Die gehen wirklich so ein bisschen, wie so... Wie die Scheiße? Ich frage mich, wo du da eigentlich guckst, aber ist okay. Ist okay, es ist okay. Okay, witzig. Okay, witzig. Steh! Oh, dann hier! Tango down! Tango east down! Okay, nicht vorbeugend, scrimine. Sei nicht böse! Ich guck gar nicht. Hm, der kommt nicht. Pssst! Pssst! Die haben die Scheiße geladen! Pssst! Scrimine. Pssst! Pssst! Nice! Erst... Erstes Versuch an diesem neuen Tag, die wieder wo keiner plötzlich reingescriptet worden sei. Man merkt an diesem kleinen Leg da, dass neue Instanz quasi geladen wird. Na ja, das stimmt, ich hatte den Leg auch. Dann muss er echt sein. Okay, scrimine, wir sind hier sozusagen. Ja, wir haben hier einen sauberen Versuch. Eins, zwei, ungrü... Ach ja, da passiert nichts, ich nehm den an der Tür. Moment. Okay. Eins, zwei, ungrü... Hey, you guys, just, just to probe for you. Ich hoffe, ich hab zwei erwisch. Ich geh nachgucken. Warte, Scooby, ich mach das. Polizia! Leben sie noch! Puh, Scooby. Puh. Diese amerikanischen Methoden, puh. Sind mir eben auch noch... zu wild. So, ich werd diesmal hier hinten gehen, wo das angeht. Ich hab mich nicht erwischt. Ich bin wieder jemand angerufen. Scooby, er hat hier voll die Decke aufgewabbelt. Das war woher ein Teppich. Fucking Decke. Boah, perfekt für ne Katze, nämlich fast. Ja? Hm. Oh. Oh, Scooby. Oh, guck ich da. Oh. Okay, break your business. Casabonita. Puh. Okay, ready? Ja, ready, check. Ready, check. Scooby, da sind wir hier. Dick Scheiße. Scheiß Palmenblatt. Facepalm. Mg ist sauber. Sauber. Okay, wie läuft das jetzt? Soll ich, wenn ich hochrenne, einfach insta in so'n Raum rein, dass ich safe bin? Wie, wo, wie weit willst du denn jetzt hier rennen? Das ist, wenn man oben auf der Treppe ist, ne? Das geht ja darum, wenn die vier down sind. Ist das so sieben, na, fünf Meter. Ähm, wie, wo ist da ein Raum? Ähm, hinter dem Ding da. Okay, ich denke, das muss versuchen, weil ich kann dir voll, voll wenig, dergambiieren. Ich schieße auf die rechte und ich kann auch auf die linke, aber ich schieße zuerst auf die rechte. Okay, die sind down. Meine wohl nicht. Ich hab da einen, also zwei links, einen rechts. Lauf, weiß nicht, lauf in deinen Raum. Jupp, jetzt müsste es getriggert, getriggert sein. Okay, quasi über dir. Da kommt was! Nein, lauf, du holst dich, ihr wisst da! Ich hab die ja echt. Ich hab die ja echt. Das ist ja ein bisschen, pass auf dich auf. Ich passe auf mich auf. Fein. Ich hab' ne Tür zugemacht, du. Einer kommt hier runter! Noch, äh! Konntest du sie vernichten? Deine selbst. der ist weggerollt aber ich kriege es hier hin ich bin nicht ihr gegner so ich bitte sie die waffe niederzubekommen aber ich meine es wären zwei gewesen ich bin zu spitzier mal auf sich kontakt zu dir gehabt ja ich sehe ja okay du meinst du hast alles getriggert zumindest sollte es safe genug sein dass du hochkommen kannst du hast ja über mich da kann ich nicht tun ich kann über dich gucken und da ist niemand okay dann kannst du den gehofft ja wenn du wegs bitte wuff 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 Okay, ich weiß, wo man triggert. Ich schließe meine Tür. This is crucial. Rechts in diese, in diesen, diesen, diesen Auswuchs. Da renne ich rein. What? Auf der Map siehst du das? Da meins bist du sicher? Ja, dahinter. Alles klar. Ready? Ja. Mag nicht. Okay, ich bin drin. Trigger ist nicht getriggert. Ich wiederhole. Trigger ist all right. Okay, warte mal da. Ich bewege mich gar nicht. Ich lausche dieser Musik. Hast du das? Ja, ich, ich hab die Klarnetzkern. Ah, der zieht am Boden. Wow. Oh, fuck. Bei mir war einer drin. Oh, lol. Glaube ich. Fuck. Okay, das kannst du noch schaffen. Was für eine Dickscheiße. Oh. Ich will... Nice. 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 Ich will mal durchgekommen. So was. Ich nehme noch einen Schrein, Mann. Unglücklich. Ziemlich unglücklich. Mist. Oder war das der hier? Scheiß, ich weiß nicht. Der, der mich erwischt hat, könnte da noch drin sein. Oh, shit. Ich hoffe, er ist mir. Hat uns beide erwischt. Ich weiß immer noch nicht, wo da ist. Ich kann doch gar nichts. Ach. Du, das macht mir Angst, weil... ...weil man weiß nicht, wo ist es. Ja, ich weiß, was du meinst. Gehör. Hör mal, Mann. Ihr habt mich selbst genagelt. Scheiße, ey. Boah. Wir sind hier. Wir sind scherz, ey. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir haben das gehört. Wir haben das. Scheiße. Ihr habt was gehört. Ihr habt was gehört. Der hat was gehört. Scheiße. Jetzt werden aufgeklungen. Die haben sich festgenagelt. Ne, ist okay. Ich habe alles nicht gesagt. Oh, nein. Wenn er stürmt. Scooby. Du stürmst. Oh nein. Ich hoffe, den einen vorbeifritzen will. Oh, war das, war das scheiße. Mach sie kalt! Lass sie bezahlen! Rocker, Texas Ranger. Mission fehlgeschlagen. Da 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 da. Okay, jetzt haben wir uns wieder ausgedruckt. Ja, das kommt wieder in Sie wieder. Ich hätte den einen Fass noch erwischt, aber ich weiß nicht, ob es dich gerätzt hätte. Ich hätte den Bein auch erwischt, als ich auf Postole geweckt bin. Aber das ist ja nicht die Tür. Was? Spinn doch. Hatten Sie dieser? B طürl, wa? W a merchen? Ziemlich sein, Floor! Oh, was machen wir jetzt? Los, los! Shit! Was ist denn das für ein Spezial? Spezialmensch Sie haben sich festgelegt! So, du bist fest, ja? Ohhhh Danke, bitte! Wir haben ihn süß festgenommen Oh, ich war auf Einzelfall, ja? Wie das mein Aimsinnereist ist? Meins nicht so nice Wer weiß, dass wir Bullen sind? Ich weiß gar nicht, wie die das immer rausfinden Ich weiß gar nicht, wie die das immer rausfinden Das stimmt nicht Das gibt mir doch Das schickt mich halt nicht Was ist das? Hä? Ich habe über Prefire genommen Okay Ich auch Ich auch So So Was sieht man von ihm? Man sieht echt nur den einen. Ich weiß es nicht. Einsch! Ich bin drin! Einsch, zwei und go! Was hier? Mein Gott! Der Mann ist tot! Oh Gott, was für eine Scheiße! Mindestens jeder schwer verletzt. Okay, ich trigger. Trigger! Ah! Hier links ist hundertprozentig noch. Ich hab was gehört. Geh und zieh nach! Ja, Boss. Schau mir noch. Puh! Schick Hilfe! Oh, ich muss... Hui, ich muss landen. Hilfe! Boah, süß Panik. Was für eine dick Scheiße! Ei! Ich schieße auch nicht! Mhm. Okay. Pretty smooth, Guide. tissue bleibt immer die. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. griff bundespolizei ne das stimmt nicht ist völlig geladen war wohl doch nicht gut dass er das noch über funk durchgeben konnte gute lampen kugelsicher irgendwie ein glas whisky whisky ich glaube ich habe getötet dick scheiße er müsste in die unten ein runner wieder der runner hat mich gefunden da unten ist er kommen sie in den rücken raus gut meinst du lerne ich dazu Nope Aber noch nicht Ready? Nein Ich bin ready Nice Und? Noch nicht Krieg nur jede menge Fuß Vorsicht Mein Komisch, mein er ist gedreht Das, das war alles ganz komisch, oder? Ist das eine Shotgun? Ist das denn eigentlich? Ich möchte mich für mein unprofessionelles Verhalten an diesem Schlichtmechanismus entschuldigen Danke Na ja, das war eine dick Scheiße Kann jedem mal passieren Ach, wie geil's Das ist nur eine, eine Eischhändchen Das ist nur eine, eine Eischhändchen Das ist nur ein Waffe Das ist nur ein Waffe Das ist die Waffe Skubi, bleibt schon da drin Der eine der standen in Feuerpositionern, wenn ich die Müsse ihn ich habe einfach nichts verdient Oh Gott. Der ist Oh Gott. Skubi Nein, nichts riskieren So ist es tut mir so leid, bin gerade aus dem Zoom gegangen um näher rein zu gehen und dann war auch immer doch da und ich konnte noch ein Schuss abgehen Was wolltest du mir sagen mit Scooby nichts riskieren? Scooby, ich konnte noch ein Schuss abgehen Deswegen hab ich mich hingeholen können, wo denn... Das ist eine nicht wichtige Tür Okay, wir haben einen Smooth Run hier wieder Smooth Run tut mir aus, Scooby ist es tut mir so leid Fuck Spiegel, noch weiß keiner, dass wir hier sind POLICIER Wir können das auf die harte Tour Ich war kurz dazu geneigt einfach zu schießen 1, 2 und go Dick Scheiße, er ist einfach nicht schnell gestorben Wohl Was? Es wird Esther hinter der Bühne